Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es schon wieder weiter mit Wohin des Weges Folge 10. Wir befinden uns hier an der lauten Radbode-Talsperre. Wie du es hörst, sind hier im Hintergrund ganz schön viele Autos unterwegs und Motorräder. Hier ist so ein Hotspot der Motorradfahrer und Touristen im Harz, würde ich mal sagen. Aber wir möchten heute hier trotzdem auf die Stempeljagd gehen und jetzt geht es erstmal zum Stempel Rote Stein. Bevor es weitergeht, könnt ihr noch einen kurzen Blick auf die Radbode-Talsperre bekommen. Die Radbode-Talsperre gehört übrigens zu den größten Trinkwasser-Talsperren Deutschlands. Außerdem ist die Staumauer mit 106 Metern die höchste Staumauer in Deutschland. Wahrscheinlich kennst du die Radbode-Talsperre schon, da hier Harzrenalin ansässig ist mit ihrer Giga Swing, dem Mega Zip Lining, ihrer Titanbrücke. Die Titanhängebrücke möchte ich euch am Ende des Videos zeigen, da wir jetzt hier erstmal eine Rundwanderung machen. Also wir haben auf diesem Parkplatz hier geparkt, den Fehler linke ich wie immer in die Infobox. Ich wiederhole mich bei jedem Video, aber es ist halt so, dass dort da alle Informationen stehen. Und wir gehen jetzt zum Rote Stein, die 2,7 Kilometer entlang. Ich habe versucht den Weg auf der Google Maps Karte ein wenig darzustellen. Hier seht ihr den Parkplatz und da seht ihr Rote Stein, wohin es jetzt auch geht. Dazu müssen wir hier über die Straße erstmal, was gar nicht mal so ungefährlich ist. Ich finde das immer ein bisschen stressig am Anfang, wenn man hier ankommt und es so laut ist und überall Autos sind. Und jetzt kommen wir aber Gott sei Dank in die Natur. Ich möchte mich gleich zu Anfang auch bei euch bedanken. Also Jordan, Enrico, Dennis und Timo. Ihr habt mir ja Geld auf mein Paypal Konto zu kommen lassen. Dankeschön dafür. Ich werde das auch erstmal dort lassen. Also ich werde auch nicht rangehen. Und das werde ich dann hier für den Channel nutzen und davon neues Equipment kaufen, damit meine Videos noch besser werden können. Ich habe auch überlegt, falls ich irgendwann mal größer bin, dass ich da eine Aktion suche, die man unterstützen kann. Aber das ist natürlich alles noch ein weiter Weg. Jedenfalls freue ich mich über eure Unterstützung. Die wurden alle abgeschnitten, ne? Einmal so. Das hier sieht aus wie ein Damm der Nordsee, ist aber das Pumpspeicherbecken Wendefurt. So, jetzt sind wir hier an dem Schild angekommen. Und da steht es, rechts geht es weiter nach Rotestein. Also ich denke mal da. Genau, 1,6 Kilometer bis nach Rotestein. Und da auch die Kühlerei? Ja, danach. Wenn ihr wachsam seid, dann könnt ihr das Eichhörnchen hier an dem Baum sehen. Ach, da sitzt es. Dieses Mal habe ich auch Essen mitgenommen, damit das nicht wieder so eine Katastrophe wie beim letzten Mal wird, wo wir an 100 Hungerstoden gestorben sind. Anschließend haben wir übrigens beim letzten Video beim Imbiss uns leckere Burger geholt und Pommes und eine bunte Tüte und Slush-Eis. Ich habe es also richtig reingehauen. 1,1 Kilometer noch. Verrückt. Der Himmel gefällt mir echt gar nicht. Ich habe echt eine Gewitterphobie. Sieht hier aus wie eine Weihnachtsbaumplantage. Vielleicht ist es ja auch eine. So, jetzt geht man hier rechts. Und anschließend geht man wieder rüber, um zur Harzköhlerei zu kommen. Aber wir gehen jetzt hier rechts lang. Also gehen wir diesen Weg hin bis nach Rotestein und dann halt auch wieder zurück, damit wir zur Köhlerei kommen. Ach, da ist der Stempel schon. Ihr habt da die Stempelstelle 54. Rotestein. Leider konnte ich nicht den ganzen Platz filmen, da dort Leute saßen. Aber allzu groß ist er wirklich nicht. Wie anders das jetzt hier schon wieder aussieht. Bei den zwei Bergen handelt es sich links um den Wurmberg und rechts um den Brocken. Hier habt ihr nochmal einen kleinen Vergleich, wie der Wald vor dem Borkenkäfer aussah. Wir waren jetzt am Rotestein. Ich muss sagen, der sieht jetzt komplett anders aus, der Ausblick dort oben. Ich werde euch mal Bilder zeigen von früher, wie es da aussah, wenn ich sie hier gefunden habe. Ich habe leider nur ein Foto gefunden aus dem April 2019. Aber man kann trotzdem den Unterschied sehen. Denn innerhalb eines Jahres hat sich der Wald komplett verändert. Aber die Natur wird sich wahrscheinlich hier einen Weg zurück erkämpfen. Ich meine, der Harz war ja auch eigentlich kein Nadelwald, sondern ein Buchenwald, bin ich der Meinung. Ja, und jetzt gehen wir wieder zurück und zur Harzköhlerei. Und ich werde mal schauen, denn der Himmel grummelt hier schon und ich habe Angst. Ja, das ist halt scheiße, wenn man Angst hat, dann zieht sich der Magen so blöd zusammen. Und so ist es bei mir. Ich bin Schisser, ich gebe zu schuldig. Und vielleicht müssen wir da uns ein wenig Unterschutz suchen oder die Route, was denn? Und damit der Route aufhört, weil ich habe mir versprochen, ich will nicht mehr, nie wieder bei Gewitter draußen rumlaufen, wenn ich keinen Unterschutz habe. Ja, aber ich will es nicht. Ich habe immer so eine Angst. Ich bin sehr geprägt von unserem Erlebnis auf dem Fiesteerberg, auf dem Tegelberg. Seitdem ist bei mir Ende im Gelände. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt sind wir da lang. Ja, zur Harzköhlerei. Ich glaube, ich bin immer über die Straße gegangen. Im Endeffekt geht ihr einfach 800 Meter diesen Weg entlang und dann könnt ihr links abbiegen, geht kurz einen Berg hoch, über die Straße und dann seid ihr bei der Harzköhlerei. Alter, wie soll man hier lebendig rüberkommen? Oh. So, neuer Tag, neues Glück. Das Video wird jetzt hier an dieser Stelle fortgesetzt, weil ich ja das Wetter nicht so toll fand. Aber ja, heute haben wir auch kein Glück, um ehrlich zu sein. Hier scheint irgendwie eine Schlechtwetterzone zu sein, aber ich ziehe das jetzt durch. Beim letzten Mal haben wir ja hier aufgehört und jetzt geht es hier auch wieder weiter, denn wir sind ja hier bei der Köhlerei. Hier gibt es einen Imbiss. Das nennt sich die Köhlerhütte Stemberghaus. Ich glaube aber, an sich heißt das hier nur Köhlerhütte. Und hier gibt es coole Holzschnitzereien, so ein bisschen aus Indianer-Zeiten angehaucht. Naja, und wir wollen jetzt hier mal weitergehen. Direkt neben dem Parkplatz befinden sich diese coolen Holzkunstwerke. Also diese Holzhütten hier mit den Gesichtern drin oder Holzbänke, genauso wie eine Hollywood-Schaukel zum Beispiel oder Holzfiguren. Hinten auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich übrigens Maleficent als Holzfigur. Das alles machen Künstler, die mit Kettensägen Holz ausschnitzen, sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie sie das alles hinkriegen, aber sie scheinen das echt drauf zu haben. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr sie sogar bei der Arbeit beobachten. Hä, da liegt ein Hase. Ich habe den gar nicht gesehen. Janis hat mir den gerade gezeigt. Da muss ich mal Löwenzahn holen. Hier hat er ja auch noch was. Na ja, der hat halt keinen Bock. So, jetzt sind wir hier bei der Köhlerei. Und hier könnt ihr sehen, wo es hier überall lang geht. Und wir gehen gleich da lang. Zu Schöneburg, also nach Schöneburg. Grundsätzlich befinden sich zwei Wege in diesem Ort. Einmal der Harzer Hexenstieg und einmal der Köhlerweg. Und hier seht ihr den Eingang von der Köhlerei. Und ganz wichtig, die Stempelstelle Nummer 60, der Harzer Wandernadel. Hier sind immer kleine Tierchen, Ziegen. Vielleicht ist der Hase auch hier ausgebüxt. Ja, quatsch mir doch nicht immer ins Video. Um Holzkohle herstellen zu können, setzen Köhler einen Kohlenmeier, also diesen bedeckten Holzhaufen, in Brand. Übrigens ist der Köhler einer der ältesten Handwerksberufe überhaupt. Hast du gestreichelt? Ja. Ich will auch. An den Ziegen vorbei geht es weiter 2,5 Kilometer nach Schöneburg. Eigentlich kann man sich nicht verlaufen, da die Strecke sehr gut ausgeschildert ist. Heute bin ich auch wieder konzentrierter als beim letzten Mal. Janis meinte wirklich, dass das eine Katastrophe war. Ich meine, klar, jetzt sieht der Himmel auch nicht perfekt aus. Für mich sieht es eher nach Regen heute aus. Und der Regenjagd habe ich dabei, wäre ja jetzt nicht so das Problem, außer für die Technik. Man muss sich auch seinen Ängsten stellen vor der grüne Teich. Hm, da eine Libelle. Ob da noch was drin lebt? Frösche? Schreck. Schreck, ja. Aus dem Teich wurde er erzeugt. Voll viel Holz. Auch so kleine Holzschöne. Jetzt ist es noch 2 Kilometer. So viel sind wir jetzt auch nicht gelaufen. Von der Harzer Wandernadel gibt es ja verschiedene Wanderstempelheftchen. Also einmal natürlich das Große, wo alle Stempel drin sind. Und dann gibt es ja noch diese Sonderheftchen vom Bergbau, vom Harzer Hexenstieg, vom Goetheweg und den Grenzwanderweg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt rechts. Doch, sag ich doch. So, siehla. Die Hexe. Das sieht man kaum. Ja, dann müssen wir hier runter, ne? Schöner Berg. Der Stoll hat ja einfach auf dem Weg. Nimmt da seine Stöcke und zieht fort. Wir mussten etwas lachen, weil ein Heer auf dem Weg gepullert hat und als er uns gesehen hat, hat er schnell das Weite gesucht. Harzer Hexenstieg. Ihr findet immer mal wieder die Hexen an den Bäumen, da die Strecke ein Abschnitt des Harzer Hexenstiegs ist. Der Harzer Hexenstieg ist ein sehr abenteuerlicher Wanderweg. Er ist knapp 100 Kilometer lang und man beginnt von Osterode durch den Harz über den Brocken nach Thale zu wandern. Die schöne Burg. Schöne Hütte, schöne Burg. Mit Blick auf Altenbrack. Oh ja. Es muss voll chillig sein, da oben zu wohnen. An so einer Wiese. Jedenfalls Ja, aber 1654 das erste Mal urkundlich den Abend. Auf jeden Fall gibt es hier den Stempel 63. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Oh Mensch, willst du ein Mensch noch sein? So halte deine Berge rein. Deine Büchsen, Flaschen und Papier sind wahrlich keine Gipfelzieher. Pack in den Rucksack alles ein und trag den Abfall wieder heim. Wir machen jetzt noch eine Trinkpause und dann geht's weiter. Von dem Weg sind wir ja gekommen. Und jetzt gehen wir hier den Weg entlang, um wieder runter zu kommen. Hm, der ist auch voll abgepellt. Ganz schön kaputt. Hey. Sieht aus wie ein Drachen. Schlamm. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt links. Guck mal, hier kannst du so ein Baumkiss machen. Oh. Auf dem Weg nach Wendefurt läuft man die ganze Zeit an der Bode entlang. Hm. Soll ich mal eine Rolle machen? Mach mal eine Rolle. Ja, und hier könnte er Zielwerfen machen mit Tanzhapfen. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, vorher war das hier alles zu mit Bäumen. Und jetzt ist hier alles kahl. Was ist nur los mit dem Harz? Und dann konnten wir uns die Forstarbeiten sogar live vor Ort ansehen. Nee. Jetzt wird er abgeschnitten. Oh, oh, oh. Boah. Voll laut, ne? Nee, zieht er in den Weg. Das ist schon voll spannend, sowas zu sehen, wenn man so mit einer Maschine den ganzen Wald weg abholzen kann. Aber es ist halt auch traurig, weil man halt sieht, wie krass viel der Borkenkäfer kaputt gemacht hat. Aber es kommt alles nach. Dauert halt nur seine Zeit. Was steht da? Was grünt so grün. Was grünt so grün. Ja, Wilderdbeeren, ne? Man merkt, dass der Herbst immer näher rückt. Die Quellflüsse der Bode sind die warme und kalte Bode. Die Bode ist 169 Kilometer lang. Ich war diesen Sommer irgendwie viel zu wenig Schwimmen im Harz. Ich glaube, zwei, drei Mal. Mehr war das irgendwie nicht im Sommer. Das Semester ging ja bis Ende Juli. Ja, und dann war der Sommer da. Da war ich an der Ostsee. Und dann war ich noch ein bisschen im Harz unterwegs. Und dann war der Sommer weg. Und konntet ihr den Sommer genießen? Und dann wart ihr viel schwimmen. Hier ist so ein Schild. F6. Was soll das sein? Ja, schön. Guck mal, die Enden. Wie süß die schauen. Voll cool. Die haben sich hier so ein Hexenhaus hingestellt. Voll die Handwerkskunst. Sollte es dir folgen. Vielleicht hat ihr irgendwo Babys festgelegt. Gute Reise. Ja, guck dir besser gut. Scheide mal auf. Tschüss. So, jetzt sind wir glaube ich in Wendefurt. Noch drei Kilometer zur Hauptboden-Talsprache. Wir müssen hier hoch. Hier findet immer das Wall-Running statt. Schon cool. Habe ich aber bisher noch nie gemacht. Hä? Ich frage mich, was die da machen mit der Turbine oder mit dem Ding, was sich dreht. mit dem Teil. Voll schön. Ja, und da ist der Tretbootverleih. Aber ich glaube, heute haben die einen Ruhetag. Und wir gehen jetzt da so entlang. Und dann später den Berg hoch zur Talspirre. Ja, da geht's runter zum Bootsverleih. Wir wollten da ja jetzt nicht hin. sondern wir gehen hier lang. Der Sonne entgegen. Dann lassen wir dich mal in Ruhe. Ja. Wie so ein Hohn. Ja, sorry. Jetzt müssen wir hier am Wasserkraftwerk vorbei. Pumpspeicherkraftwerk, um genau zu sein. Die Rohre sehen immer voll heftig aus. Voll groß. Ja, und hier kommt er runter von der Mega-Sipplein. Und man muss jetzt hier gleich hoch zur Staumauer. Aber ich möchte euch noch den Ankunftspunkt von der Mega-Sipplein zeigen. Ich will da mal reinschauen. Oh, ich dachte schon, da war das die Amsel. Oh, sorry, Vogel. Wow. Warum liegt da ein Topf? Ja, also da kommt man halt an. Und dann kann man da wieder hochgehen. Aber ich will mir jetzt hier das mal angucken. Irgendwie habe ich das hier noch nie gesehen. Es riecht auch übelst verbrannt. Jan, es ist nämlich gerade Pokémon-Spiel. Allzu alleine gehe ich da nicht rein. Ich warte noch auf Janis. Das ist immer der Pfeifton, den Janis und ich machen, wenn wir uns verloren haben. Hast du eine Taschenlampe? Ja. Ja, super. Gruselig. Du darfst euch das Badezimmer machen. Oder? Oh, ja. Da hinten? Boah, nee. Hier gehe ich nicht lang. Na, geil. Boah, wie viele Spinnennetze. Ist das so Duschkabinen oder so? Hä? Was soll das sein? Oh, der Dachboden. Oh, da gehe ich nicht rein. Küpi-Shit. Papier. Es geht mal vor. Oh, das ist immer gruselig. Vor allem die Handylampe ist für den Arsch. Boah, stinkend, als hätte das hier gebrannt. Ey, hör auf. Bist du verrückt? Ich gehe da nicht hoch. Nee, ich gehe weg. Oh. Also Lost Place-Geschichten finde ich auch mal ganz cool. Aber ich habe immer Angst. Ich wurde auch mal gefragt, ob ich hier so eine Lost Places-Videos machen würde. Aber nee. Jetzt sind wir hier wieder am Pumpkraftwerk. Pumpspeicher. Jetzt geht es hier den Berg hoch. Das wird schön anstrengend. Der ist da oben, ne? Der Pumpspeicher? Da oben. Und dann geht der durch die Rohre runter, oder was? So. Gleich sind wir da. Oh, da ist die Brücke. Ja. Die Titanbrücke. Brücke. Ja. Von der anderen Seite. Oh, heute sieht die ja richtig schön aus, die Talsperren. Nicht so wie bei einem Zimmer. Gesundheit. Gesundheit. Ach man, ja die Hängebrücke, es ist hier viel Verkehr, die Hängebrücke hat vor vielen Minuten zugemacht. Oh man, muss ich wahrscheinlich hier noch mal irgendwann hin, dann mache ich euch mal ein kurzes Video von der Hängebrücke. Die knattern immer hier durch den Tunnel, die Motorradfahrer, weil sie da den Sound ganz gut haben. Habe ich auch schon gemacht, aber naja, ist ein bisschen nervig. Ich glaube für die Natur ist es nicht so geil. Aber da ist da auch noch einer. Wir gehen jetzt hier die Straße wieder entlang, bis wir bei der Kühlerei sind. Ja, hier hatten wir beim letzten Mal geparkt und jetzt heißt es weitergehen. Ach ja, aber schaut euch das mal an. Ist ja doch richtig schönes Wetter noch geworden. Sieht richtig toll aus mit der Sonne. So, wir sind angekommen bei der Kühlerei wieder am Parkplatz. Ja, es war dann doch ein bisschen anstrengend. Wir sind die Tour ja komplett noch einmal gelaufen. Es freut mich sehr, dass du heute dabei warst. Lass doch ein Abo da, würde mich freuen. Und ich würde sagen, bleib dabei, deine Voice frei. Ich finde das immer... Ne, ich rede mal so komisch. Ich möchte... Oder... Läuft mit Akku? Ach ne, das war scheiße. Wir müssen irgendwie doch da lang, hast recht. Ja. Oh, das war gefährlich. Essen gehen, glaube ich. Ne, was wollt ihr sagen? Ich weiß jetzt nicht. Sag mal. Vielleicht hat der irgendwas. Der hat auch ganz komische Hänge. Ja, aber das sieht das so aus. Weiß ich nicht, das hängt ganz schön allein. Es gibt ja einmal das große Wanderstift. Egal. Okay, ich bin mit den Watsch gelaufen. Heute ist Montag, also heute ist hier nicht so viel unterwegs. Mann, ich weiß es nicht. Ich will voll laut, jetzt sind wir keine Tierchen. Vogelparadies hier. Tu mal Edel und Jürgen. Edel, was ist denn das für ein Vorname? Edeltaus. Das passt zum Vogel irgendwie. Der ist komplett nach links drin und hat der so vibriert. Ich glaube, ihr habt eine Fliege eingeatmet. Ja, du bist auch aus in deinen Haaren. Mach weg. Du bist auch ein bisschen orange. Nein. Doch. Braungebrannt. Braungebrannt. Sonnenbank. So ein Seil, so ein Tau. Jetzt kriegt die Kamera nicht geschissen. Meine Schuhe quietschen immer. Wie bei Spongebob. Piep, 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 piep. Er nimmt da seine Stöcke und zieht fort. Oh, ganz schön. Jawohl. Jetzt ist es wieder arrestiert. Ich hatte das, was ich für die Räte ausgesprach. Ich habe euch für die Räte ausgesprach. Ich habe euch meine Räte ausgesprach. Ich habe mir die Räte ausgesprach,